So Büros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es hier mal die Sanditüte von Bröcker. Eine Neuheit 2016. Echt eine schöne Knallkette. Ist mal was ganz anderes als die Ketten, die man sonst immer kennt. Hat hier eine NM von 30 Gramm. Von mir der Effekt wird als Crackers beschrieben. War sehr nachgewöhnlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Teil. Mal sehen, was das Ding kann. War ja relativ teuer für 5 Euro. Aber einfach mal zum Testblit bestellt und dann sehen wir uns gleich bei dem Test. Viel Spaß. So jetzt gibt es hier die Sandipäde. Mal sehen, was das Ding kann. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Das Ding ist echt gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Zwar ziemlich teuer, aber echt geiles Teil. Können euch auf jeden Fall mal holen.